Hallo Leute und willkommen natürlich auch zum neuen, naja, wir haben ja schon eines gestartet, aber wir hatten leider einen Datenverlust und mussten die Videos löschen, deswegen ist natürlich auch wieder, wie gewohnt, der Leon dabei, Willi zu sagen, der Mr. Obelix ist hier, also der macht auch nichts, er schiedet sich und so, der ist nur sozusagen, wenn wir Probleme haben oder so, der ist die Technik dabei. So, gell, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an, oder Leon? So. Wo geht's denn? Keine Ahnung. Guck mal, ich brauch's. Ja, Leon, komm, ich kann auch Holz abbauen. Ja, wir müssen ja dann weg aufbauen. Ja. So. Ich hoffe, man hört dich jetzt auf, weil das haben wir gar nicht getöstet, gell? Weiß noch nicht, will ich jetzt schon. Aber das müsste sein, oder Kevin? Ja, wir müssen nicht spüren. Okay. Hast du Bolle gekriegt? Nee, das ist mir grad mal vom Schwanz gelaufen. Ihr sind euch, ich töte sie jetzt, das ist nicht gut so. Ja, ich hab jetzt im Moment Holz für sie geholt. Soll ich euch meinen, das ist ein Spoiler? Was? Soll ich euch meinen, das ist ein Spoiler? Ich hab mal eine Wolle gekriegt. Dann ist gut, warte mal, jetzt hol mir erstmal ein bisschen Holz. Geht mir nicht. Müllkampburg? Nee, gar nicht. Das Dumme ist, das ist dieses Ding, dieses blöde Holz da, Fichtenholz. Ja, und? Aber es ist auch okay. Ich mach' ich. Zwei Wolle. Nachpflanzen, tu mal nachher, oder so. Wenn wir drei haben, müssen wir eins wegmachen. Ja. Ja. Aber das geht ja nicht. Ich bin auf dem, ich bin weg. Soll ich. Oh, ganz schön laut hier eingestellt. Naja. Soll es? Hallo? Ich hoffe, man hört uns auch, dass alles gut geht, aber... Wir müssen vorstehen, wir sind kein Fall. Ja. Unbedingt. Was will da ein Wolle? Ich hab' jetzt 60... Lass' in den Berg gehen. Wir müssen irgendwo hin. Wo bist du? Okay, da bist du. Ja, hier, hier bin ich. Komm. Ich hab' eine Wolle. Hier. Hier, nimm, nimm. Hier liegt sie. Hier liegt sie. Ja, okay. Ich hab' drei gebrochen. Ja, okay, komm, jetzt jetzt erstmal in den Ding hier reingehen. Wo? Berg. Was schon jetzt willst du? Ja, nein, nicht richtig rein. Woher wollen wir uns Haus bauen? Ja, wir müssen eigentlich nicht. Ich meine, ich hab' hier Haus gebaut. Ja. Aber erst mal, warte, ich mach' jetzt mal jetzt. Ich mach' jetzt mal. Fisch nuls. Oder nuls. Wann hat sich auch Fisch nuls jetzt gebaut? Ich hab' 60 hab' ich Fisch nuls. 60. Was? Ich hab' ähm, jetzt noch 6. Manchmal ich wollte nur noch klein wenig. Ja, aber nur ein klein echt. Wir bauen hier wieder ab. Ja. So. So. Nur drei hoch. Nee, nur zwei hoch. Das ist doch egal. Ja, wir müssen noch ein Dach haben. Ja. Das ist ruhig. Ja. Das ist ruhig. so. Aber egal. Ich, auch wenn wir die Skilette ran schieben können und so, egal. Ich, ich tu' mal offen lassen. dass wir ein bisschen... Was? Was? So. Ich mach' den Fisch. Ja, es ist gut. Was? Ich mach' den Fisch. Ja. Ich mach' den Fisch. Ja, es ist gut. Du kannst schon einmal nicht. Ich hab' den Fisch. Ich hab' den Fisch. Wir können nur ein Blick machen. Mach' mal. Ja, mach. Wir können das eh noch nicht nutzen, weil es immer zwei starten muss. Ja, es ist dumm halt. Gib' dir mal dein Bettchen. Dankeschön. Kannst aber allen spenden. auch immer wieder ab die Welt Bench Behaltszimmer Geh mal weg Kevin Ja ja sagen wir du kümmerst dich jetzt darum und ich baue dann zu Hause ich gehe noch mal ganz kurz in Sky warte mal kurz ich gehe noch mal in Sky beschäftigt jetzt bin ich in Sky beschäftigt weil ich war noch online da hat mich jeder anrufen können das wäre schlecht gewesen naja immer weg ich mache komm mal weg okay aber wir können eigentlich losgehen schon es ist zwar noch statt statt dunkel ich meine jetzt kommt da jetzt kommt da die kommt kommt schnell kommt schnell da kommt ein Zombie da hinten jetzt ist er stehen und soll ich den mal killen würde ich nicht tun kill den mal komm aber wenn ich mit der Holzschutz mache du hast weniger Sachen geil wie es aussieht kann ich ach da kommt noch einer wo hinter dir da ist es in der Haus ha 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 komm schnell nein ich werde es versterben ne weg gut ach naja es wird ja gleich Tag soll ich rausgehen und töten nein nein warte ich geb dir jetzt mal guck mal in Sachen geh raus ja nein ich soll mal wieder Tag werden man scheiß es wird aber Tag langsam ja wir brauchen auch auf jeden Fall Essen sagen wir du kümmerst dich um Essen es muss mal Tag werden jetzt ganz streng ja ja okay komm wir kommen kurz raus ja ja ich hab ein Essen ich glaube wir können los oder ich hab alle voll komm wie wir wir laufen los doch man kommen wir müssen los wie wir müssen das Risiko eingehen wir müssen wollen wir mal lieber das steht hier stehen lassen was sie zurückkommen ja okay ey der Regen nervt das back dann so bei mir ein bisschen ja ich weiß wenn wir mal äh vielleicht kann sich da mal der Kevin drum kümmern ja halt mal auf weil äh ich vielleicht wer das 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 soll ich das killen ein du weil ich scheiße ich kann es nicht von dir killen ich kann es nicht zu killen mach mal Ah, Tür auf! Oh, Mann! Ey, du hast ein Teil hinten dran! Geil! Ist es wieder Tag? Warte mal kurz, ich geb dir mal kurz was. Hier! Hier! Du bist ja unterzuckert! Kann man chill? Kann man chill? Ich mach nicht. Jetzt! Hm, Kevin? Ja. Wann haben wir denn angefangen? War ich noch bei der Uhrzeit? Nein. Ich hab nur gerade... Oh, vor zwei Minuten lang. Okay. Und der Skype-Anruf ist ja eh schon zwölf Minuten. Ja, okay. Also wir können gerade so 10 Minuten auf die Nummer. Okay, dann sag mal bitte bei... Wie viel wollen wir aufnehmen, Leon? Kevin, können da auch Videos rein mit 3 Minuten? Nein. Wie viel? Wie viel? Mach ein bisschen 15 mal. Ja, Leon, Achtung, da ist ein Zombie-Grad, aber er ist dahinter. Ach, äh... Da oben ist ein Schwein, ich komm mich mal da drum, gell? Ja, ich hab... Hast du die Crafting-Match? Ja, hab ich. Wo bist du? Warte... Wo bist du? Wo bist du? Warte... Wo bist du? 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 Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... ...hier... Der hinten... Der brennt. Ja, egal. Ja, egal... Das ist was. Der schon gleich wieder was Fläch. Hey, gib mal kurz die Karten, wenn ich drauf ane... Ja, okay, hier. Ja, okay, hier. Ja, hier. Ich hab... Nicht berühren lassen. Sag, Leon, ich kann dir mal was geben. Was... Ich hab... das ist doch erst mal was oder und dann nehmen sie und dann gehen wir da ist kohle ich weiß die norman die norman holsten zahlke hier er sagt einmal ungefähr wenn wir aufhören sollen ja okay aber dann hier dann die ich sagen machen wir gleich weiter leute da die sagen machen wir mal schluss gehen und dann verabschiede ich mich mal bei euch tschüss